Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Archeologie New Encounters. Und diese Mod ist eigentlich aktuell eine meiner Favoriten, von denen ich jetzt testen konnte, weil diese Mod bringt neue Varianten altbekannter Kreaturen zurück, bringt aber neue Alphas mit rein und diese neuen Alphas wiederum bringen eine neue Art von Loot bekommen rein, weil wir haben hier nämlich zum Beispiel, dass wir einen Alpha Giga mit dabei haben, der natürlich sehr, sehr stark ist, wo man den als Weltboss betiteln kann. Hier wird es beschrieben, genau, Giga als Weltboss, der Rock Golem als Weltboss und der Titanosaurus als Alpha als Weltboss. Aber die droppen dementsprechend auch Loot, zum Beispiel Settel, Waffen. Das heißt, ihr werdet auf der Karte dann wahrscheinlich sehr selten einen Alpha Giga sehen, aber wenn ihr einen Alpha Giga seht, dann wisst ihr, okay, ich muss wie bei einem Bosskampf meine ganze Armee zusammensammeln und muss diesen platt machen. Plus, wir haben hier sehr viele Varianten, die eine neue Variante bekommen haben. Wir gucken uns die mal in-game an. Ich gehe mal ganz kurz bei mir in den Singleplayer-Stand und ich zeige euch auf jeden Fall mal ein paar der neuen Varianten und auch die Alphas. Bei den Varianten ist es so, die haben eine Chance von 50%, dass wenn ihr jetzt dann die Mod drauf hättet, dass ihr halt einen normalen Kacher oder einen Archeologie-Kacher oder das Ganze halt auch bei Alu, Agentavis, etc. Das ist eine 50%-Chance. Aber ganz wichtig ist bei der Sache, dass diese Varianten hier einfach nur einen optischen Effekt haben. Das heißt, das ist der normale Kacher und ihr seht im Verhältnis, so sieht halt der Archeologie-Kacher aus. Er hat halt nicht mehr diese Punkte auf dem Körper, genauso auch wie der Kopf, wenn man den mal so vergleicht, ein Unterschied ist. Also der hintere ist der Archeologie. Die sind immer mit der gleichen Farbzone eingefärbt. Das heißt, ihr seht auch bei den Agentavisen, dass sie einen Farbunterschied leicht haben. Das ist der normale Agentavis, das ist dann der Archeologie-Agentavis. Beim Thüler sehen wir das hier auch. Der rechte ist ja der Archeologie und der linke der normale Thüler. Auch da haben wir einen kleinen Unterschied vom Fell. Und das haben wir eigentlich bei allen Varianten. Der Alu zum Beispiel ist der vordere, der Archeologie ist so ein bisschen gestreift und der hintere ist halt der normale. Beim Rex haben wir das hier. Ja, auch da der hintere ist im Endeffekt der Archeologie in dem Fall. Hier ist aber nicht so starker Unterschied. Und bei den Enkis sehen wir es zum Beispiel auch nicht. Ich glaube, wenn man sich da zuschreiben würde, würde man gar nicht groß erkennen, welcher von beiden der andere ist. Aber es sind einige Kreaturen dabei. Wie gesagt, zum Beispiel der Alu. Da sieht man das sehr stark. Oder am Kacher sieht man das auch, wie gesagt, richtig gut, welcher der Archeologie ist. Es gibt noch wesentlich mehr Kreaturen. Aber wie gesagt, der Fokus, finde ich, bei der Mod ist gar nicht unbedingt nur auf den. Weil, wie gesagt, die droppen zu einer 50% Chance. Habt ihr die Möglichkeit, dass ihr halt einen Archeologie-Kacher oder Thüler findet. Die haben keinen Boost. Das heißt, es ist eine reine optische Unterschied. Das heißt, der Alu ist nicht stärker als der normale Alu. Es sieht einfach nur anders aus. Sie können auch nicht gegenseitig gepaart werden. Ganz wichtig. Seitdem fügt die Mod halt neue Alphas hinzu. Und da haben wir dann ganz verschiedene. Ich habe jetzt, glaube ich, irgendwo mal einen schon gespawnt. Aber der ist mittlerweile wahrscheinlich weg. Der ist ja doch hier. Hier haben wir zum Beispiel einen Enki. Ja, einen Alpha Enki. Der hat hier bei mir im Singleplayer 34k Leben. Wenn wir den jetzt mal platt machen. Gucken wir mal, ob der auch schon was Cooles droppt. Und ihr seht, die geben hier so den normalen Alpha-Load. Also, ob ihr jetzt einen Alpha Enki, ob ihr einen Alpha-Aloat. Ihr habt ja schon gesehen auf der Seite. Ich kann es euch am Ende nochmal zeigen. Es gibt jetzt super viele neue Alphas. Aber im Regelfall sind die eigentlich nur dafür da, dass ihr ein bisschen Abwechslung habt. Den Loot bekommt ihr nur von diesen besonderen drei. Das heißt, der Giga, der Golem und der Titan. Ich kann euch mal ganz kurz die dreimal zeigen. Hier haben wir zum Beispiel den, wo haben wir den Giga? Ich nutze den bei Nucleus. Hier, hier kann man den Giga jetzt mal ganz kurz cheaten. Das wäre jetzt ja dann der Alpha. Der Alpha-Boss-Giga. So sieht der aus. Hat jetzt hier im Singleplayer. Hat der, was hat der? 200.000? Ja, 200.000 Leben. Also auch nicht gerade wenig. Wenn wir den jetzt mal ganz kurz blatt machen. So. Und gucken, ob der sich lohnt zu killen. So gibt mir der Loot. Und ihr seht, hier droppen jetzt, klar, wie gesagt, Singleplayer. Aber auf jeden Fall Flak-Ausrüstung, SWAT-Ausrüstung, Element. Weil es sind ja Bosse. Bei denen gehen auch Blutungsschaden zum Beispiel nicht. Das heißt also, ihr müsst ein bisschen aufpassen. Wenn ihr so ein Giga-Blatt macht, wird er auf jeden Fall eine, sagen wir mal, er wird schon mies werden. Ja, wie gesagt, schadenmäßig kann ich euch jetzt hier im Singleplayer nicht zeigen. Weil wir reden hier von Singleplayer. Bei euren Serverentwicklung wird das wahrscheinlich eh ganz anders sein. Das Ganze können wir uns auch mal mit dem Titano anschauen. Wie viel Schaden, oder wie viel Leben der, besser gesagt, jetzt hier im Singleplayer. Wie gesagt, ich kann euch jetzt halt nur Singleplayer zeigen. So, wo haben wir denn den Titano? Das ist der Torni-Thüler. Hier Titano. Alpha-Titano, oder? Nee, da. So. Der ist... Wow, okay, der ist so groß, dass er eben nicht gespawnt ist. Also ihr seht mal, der ist gar nicht so klein. Und hier haben wir so... Der hat... Können wir den mal anpeilen? Hallo? Ah, da sehen wir es. Der hat 500k Leben. Also wir reden hier wirklich von Weltbossen. Und wenn wir den jetzt hier killen... Gucken wir, was der so schönes droppt. Und ihr seht, der droppt zum Beispiel Element. Und auch gar nicht wenig Element. Also hier habt ihr auf jeden Fall auch die Möglichkeit, halt an Ressourcen ranzukommen. Es ist im Prinzip, ja wie ich schon erwähnt, es sind halt Weltbosse. Und ich finde, das ist fast das Coolere an dieser Mod, dass ihr einfach die Möglichkeit habt, auch noch zusätzlich Bosse blatt zu machen, die ihr normalerweise, wie gesagt, nicht auf der Karte hättet. Also wir können nochmal hier nochmal ganz kurz nochmal schauen, ob er immer das gleiche droppt, ja. Und mal einen zweiten Titano. Machen den mal wieder platt. Lebenmäßig seht ihr, ist der auch bei 500k. Die sind, glaube ich, wahrscheinlich alle bei 500k. So, und der droppt jetzt hier... Ja, der droppt immer Element. Das heißt also, den könnt ihr auf jeden Fall als Element-Farm so gesehen benutzen. Ja, also da habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit. Und wenn wir jetzt hier den Giganoto nehmen und gucken jetzt da nochmal rein bei der Archeologie-Alpha-Variant. Der hat ja vorhin Rüstung gedroppt. Ob der immer Rüstung droppt? Gucken wir mal. Zack. Und wir sehen, jetzt haben wir hier... Oh, diesmal hat er auch nur Element und Herz. Also das heißt, die droppen... Es ist ein bisschen zufällig, wie groß der Titano ist. What the fuck? Also ihr habt ja auf jeden Fall die Möglichkeit, zusätzlich an Loot ranzukommen. Habt ihr bei dem anderen Giga ja gesehen. Guck, wie groß der Titano ist. Jetzt sieht man das mal so als Verhältnis. Eieiei, wenn der hier so liegt. Also, wir haben... Die Mod bringt euch... Zusammengefasst die Mod bringt euch neue Varianten von bestehenden Kreaturen dazu. Sie bringt euch jede Menge Alphas. Die meisten Alphas sind aber eher einfach nur optischer Natur und bringen euch ein klein wenig Loot. Kann man vielleicht für Chibis benutzen, wenn man das vielleicht noch so betrachtet. Das ist den Golem. Wir haben den Golem, der fehlt noch. Hier haben wir noch den Alpha-Rock-Golem. Guck, wie groß der ist. Oh Gott. Ich sehe schon den Schatten. Das ist auf jeden Fall... Er ist auch nicht gerade klein. So, gucken wir mal, ist der gute Dude hier droppt. So, und hier sehen wir, dass er jetzt bei diesem ganzen Wüsten-Kram droppt. Alpha-Golem-Kor, ah, eine Trophäe. Und hier auch zum Beispiel Sättel, ja. Also, hier haben wir Sättel mit dabei. Wir haben Kettensägen. Also, der droppt halt so den ganzen Scotch-Earth-Kram. Droppt halt der. Wir haben, glaube ich, sein Leben nicht angeguckt. Sieht man das jetzt noch? Ähm, ja, der hat 238.000 Leben jetzt bei mir hier gehabt. Ist aber halt ein Golem, ja. Also, bei dem Golem müsst ihr, wie gesagt, immer ein bisschen gucken, dass ihr da aufpasst. Ähm, weil die können ein bisschen nervig sein. Wir können mal ganz kurz gucken, ob wir uns den Kacher mal anschauen. Der Archäologie-Alpha-Kacher. Ja, also auch der wird wahrscheinlich nicht gerade so ohne sein. Da haben wir auch 200k Leben. So, gucken wir mal. Damit den jetzt hier bleibt. Ihr seht, hier sind zum Beispiel Waffen gedroppt, ja. Also, der zählt auch als Weltboss und droppt dann Waffen. Äh, Alpha-Kacher hat auch eine Trophäe zum Beispiel. Also, diese großen Boss-Kreaturen geben euch einfach Loot. Ja, wenn wir jetzt mal, wie gesagt, nochmal als Vergleich uns einen kleinen angucken. Nehmen wir jetzt mal einen Terrenzino. Ähm, der gibt's ja auch als Alpha jetzt hier in dieser Mod. Wo haben wir ihn? Hier Alpha-Terrenzino, ja. So, ihr seht, die hier droppen halt den normalen, ähm, Alpha-Loot, sag ich jetzt. Mal, ja. Also, hier haben wir, zack. Ihr seht, das sind also die Sachen, die normale Alphas. Also, diese kleineren Kreaturen sind einfach wirklich nur da, um da zu sein als Alpha. Ähm, ihr habt, wie gesagt, hier verschiedene Varianten. Wir gucken uns nochmal ganz kurz die Mod-Seite an, dass ihr das nochmal anschauen könnt. Ich will das Video nicht zu lang ziehen. Ich seh grad, wir sind schon wieder relativ lang. Deswegen machen wir das mal ganz fix. Also, hier oben gibt ihr einfach ein. Arko, ja, reicht. Ähm, dann kommt die Arko-Logie. Und hier seht ihr noch auf, also, diese ganzen Kreaturen gibt es aktuell als diese Arko-Logie-Variante. Und das sind aktuell alle Alphas, ja. Giga-Weltboss, Rock-Golem-Weltboss, äh, Titano-Weltboss. Der Kacher ist hier auch als Weltboss genau aufgelistet, ja. Diese Kreaturen bekommen keine, ähm, oder, na genau, bekommen keine Varianten. Hier diese Enforcer, Void-Würn, Bosse, Oasaurus, Phönix, die bekommen keine, ähm, auf jeden Fall. Das ist schon mal geschrieben. Und es wird in Zukunft halt noch weitere geben. Auch noch vielleicht ganz interessant, der Modder hat auf jeden Fall eine, ähm, Serie hochgeladen. Auf seinem YouTube-Kanal, wo er so eine Art Miniserie, ähm, mit diesen, äh, Dinos von sich gemacht hat. Ich kann die euch gern auf jeden Fall auch mal verlinken, wenn ihr euch mal reinschauen wollt. Hier, so, weil der, der, Spino sieht ja mal mega geil aus. Äh, also, Leute, schaut euch einfach mal rein. Ich find die Mod mega cool. Falls ihr mal gern alle Kreaturen mal sehen wollt, wie die aussehen vom Arko-Logie-Event, sagt auf jeden Fall Bescheid. Ich kann auch gern nochmal ein Video hochladen, wo man einfach mal alle Unterschiede zeigt. Aber mir ging es wirklich halt gerade um diesen Faktor mit den Bossen, was ich sehr interessant finde. So, Leute, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Euch schon einen schönen Tag. Boah, der Thorn sieht mir mega gut aus. Bis zum nächsten Mal und ciao.